So, nochmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux und Mac-Hilfe heute am Mittwoch. Heute reden wir nicht mal im letzten Video, wie der Mittwoch und Dienstag war, getrennt voneinander natürlich, sondern heute gibt es ein Gewinnspiel für euch. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen, um auch mal ein paar kleine Goodies für euch einzusacken. Und da würde ich einfach mal sagen, erstmal ganz kurz zu den Teilhabenbedingungen. Mindestens 14 Jahre alt, Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, genauso wie Bargeldauszahlung ist natürlich logisch, denke ich mal. Ich sage jetzt einfach nur zur Absicherung, dass es sicher ist, man weiß ja nie. Genau, wie gesagt, wenn sie 14 Jahre alt und so weiter, ja, oder würde ich sagen, zeige euch mal die Sachen. Ihr könnt jeweils eins von den Sachen gewinnen. Also von daher, kommentieren lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt, ja, was ihr kommentiert, ist euch überlassen. Es wäre natürlich cool, wenn es ein Satz wäre und nicht einfach nur Erster oder so. Aber, ja, und ja, da könnt ihr ja mal schreiben, was ihr unbedingt wollt. Also, ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal hier an mit den Sachen. Das ist, also, kurz doch, es gibt vier Sachen zu gewinnen und eine Person kann jeweils nur eine Sache gewinnen. Einfach nur, damit ihr das wisst. So, ich habe hier von Smart Fan hier so, ja, USB-Ventilatoren, kann man am iPhone anschließen, aber auch bei einem Android-Handy. Die sehen so aus. Kann man einfach hier, sieht man hier, ein Schöpfchen an seinem Android-Smartphone ohne Probleme, funktioniert wunderbar. Und, ja, ist auf jeden Fall, denke ich, auch für den einen oder anderen, gerade jetzt, wo es immer heißer wird, eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, wo ich euch empfehlen kann. Also, da, ja, wie gesagt, entweder orange oder blau. Dann, ähm, eine sehr, sehr interessante Geschichte, die ich finde, und zwar Thema VR. Äh, eine VR-Brille zum selber basteln, die ist hier. So sieht sie aus. Also, da habt ihr, könnt ihr euch eine eigene kleine VR-Brille basteln und da würde ich sagen, ihr werdet, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Dann kommen wir auch, äh, ja, vielleicht zu meinem Highlight und zwar ein T-Shirt hier von World of Tanks, Größe XL. Damit ihr es einfach wisst, das ist Größe XL. Und, ähm, ja, das sind die Sachen, die ihr bei uns gewinnen könnt. Wie gesagt, wie gesagt, schreibt einfach einen Kommentar mit der Sache, die ihr wollt. Wie gesagt, es gibt, es kann auch einen Gewinner geben. Ähm, das Ganze geht ab heute eine Woche, also wird das Ganze ausgelost. Nächste Woche am Mittwochabend um etwa 20 Uhr, würde ich sagen, werde ich das Ganze Video dann hochladen. Und, ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, wer von euch gewinnt. Also, Leute, kommentieren lohnt sich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Oder wir sagen danke fürs Zuschauen. Und viel Glück euch an. Genau, viel Glück und bis dann.